Musik Ja Freunde, willkommen zurück zur Toybox und ich bin jetzt gerade aus Versehen mal rückwärts gefahren und da habe ich gemerkt, dass es doch schon ein bisschen verwirrend ist deswegen werde ich auch ab und zu mal ein Schildchen da in die Luft stellen wo man eigentlich auch lang fahren muss aber das kommt natürlich alles nach und nach wir sind jetzt erstmal bei der Strecke so ja, okay, das finde ich ganz gut so, dann geht es jetzt hier dann nämlich so weiter zack und dann machen wir mal so eine Zweigung rein würde ich sagen gefällt mir gut jetzt gerade, weil ich jetzt für eine Idee habe und zwar so dann kann nämlich jeder für also das wird jetzt ist jetzt einfach nur so da wird sich jetzt nicht viel ändern, Freunde zack, zack so, da guckt man sich dann auch nicht in die Quere sag ich mal, einfach mal so ist auch so, auch Spaß, ne so dran hier, so zack so, seht ihr einfach nur so gemacht und dann kommt es mit der Abzweigung dann wieder zum normalen Standard, ne genau so, zack, seht ihr, so meint ich das ja so, dann wird es hier weitergefahren und dann der eine links, der andere rechts und dann trifft man sich wieder hier so wow, stopp alles klar so, dann so war das genau wo waren wir, wo waren wir hier waren wir, genau äh, ja so dann machen wir mal eine Drehung hier rein eine lange Drehung machen wir mal hier rein passt halt, ja, ne zack boah, Gott so ja, gut finde ich gut, finde ich gut so äh so eine Drehung jetzt machen wir mal den absoluten Kreisel nach oben würde ich jetzt mal so sagen so habe ich jetzt gerade Bock drauf zack so, Kreisel neu machen wir ja voll die Drehung jetzt so wieder ein hoch zack ah, verdammt man kann sich ja auch mal verbauen, ne ist ja nicht so tragisch dafür gibt es ja den Funkenmodus um alles wieder schön auszurichten so zack und nochmal ne Drehung schade, dass es nicht Drehungen gibt zum Hoch wisst ihr, was ich meine so Hochdrehungen die wären cool und immer ein schönes Auge auf die, ähm auf die Dingens haben da wie heißt das auf die komischen diesen Funkenmodus Dingen da das Grüne da müssen wir immer ein gediegenes Auge drauf haben nicht das uns das wieder ich hatte ja was anderes gehabt, ne die habe ich doch gehabt, oder nicht glaub ja wohl die sieht anders aus, ne die sieht so gebogen aus und die sieht so so fest und gerade nach oben aus deswegen Funkenmodus und entfernen aber welche hatten wir denn dann gehabt ne die nicht war das doch die ja die war das dann ja genau zick zick gebogen wieder ich muss auch immer schön das Ende im Blick haben nicht, dass ich mich hier zu weit weg baue irgendwann muss ich ja auch mal wieder dahin okay noch ne Drehung über den Wolken muss die Freiheit voll grenzenlos sein ob das Lied jetzt so richtig war das weiß ich nicht dennoch hab ich Spaß und das drückt im Gesicht ich baue das jetzt Freunde und jetzt gleich merke ich brutals dass man hier gar nicht hochkommt doch das geht schon klar ja das geht schon klar sehr gut ja finde ich gut sehr schön jetzt möchte ich aber gerne einmal von unten geht das ja sicher geht das ja sehr so dann sind wir in der Drehung und dann geht es wieder hoch zack und wieder in die Drehung und zack und wieder in die Drehung und zack und wieder in die Drehung und zack wieder in die Drehung da kriegst du ja einen Kreisel da kriegst du ja so einen juhu und tschüss ach jetzt bin ich da hinten wieder ähm wo muss ich hin hier genau da geht noch was oder Freunde da geht doch noch was nach oben da ist doch noch viel Luft nach oben so zack zack genau yes so dann drehen wir uns noch mal im Kreis herum fiedel didel dumm 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 zack zack was haben wir denn hier Rampe flach boah ich glaub das wird eng dann ne ah ich glaub das kann die nie bringen das kann die nie bringen aber wisst ihr was ich da bringen kann ich könnte ja so ganz 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 minimalen machen hier so um das zu verlängern und dann könnten wir brutalst flach nach unten gehen so ich glaub jetzt sollte das eigentlich nicht mehr nerven zack jetzt muss ich da erstmal wieder hoch wach juhu juhu Ja, da zieht sich So, stopp Ja, alles klar, können wir machen Ja, sehr gut So, das heißt, wir gehen jetzt hier richtig Richtig Richtig, hab ich gesagt So Wir gehen jetzt hier brutals nach unten Zack Ich würde ja eigentlich noch steiler gehen Aber das geht leider nicht Das finde ich jetzt ein bisschen schade Das nicht geht Jetzt gleich schneidet sich das Hab ich so im Gefühl Mit dem anderen, ne? Kann das sein? Stimmt, überschneidet sich das Ey, das würde mich jetzt aber richtig ärgern Dann Cool wäre es natürlich, wenn das so in der Mitte Durchgehen würde, ne? Das wäre cool Aber warum sollte das auch? Na, ist ja klar Da müssen wir eine lange raushauen Genau, zack Dann könnte ich ja wieder hier so eine Gabelung einbauen Könnte ich ja machen Wisst ihr, was, das mache ich auch Aber dieses Mal Mache ich die Gabelung Anders Einmal Das soll ja für jeden auch so sein, ne? So Das ist na da Dann Diese Gabelung da rüber Und die andere Gabelung dann nach oben rüber Auf die andere Seite genau Obwohl ich ja sagen muss Wenn da oben ist, glaube ich Steiler Aber man muss bedenken Gleich geht das eine wieder runter Und dann geht das andere hoch Deswegen Würde ich sagen Gleicht sich das auch Im Endeffekt Auch wieder aus Deswegen Jetzt guckt hier Wir machen einmal Hier ran Und einmal machen wir jetzt So, genau Daran Und dann kommt jetzt auch sofort wieder die Gabelung Die kommt so dran Zack Einmal Ausprobieren Wo bin ich denn jetzt? Okay Muss ich halt weiterfahren Dann geht es jetzt hier voll runter So und dann kann man sich auswählen Entweder links oder rechts So, ich gehe jetzt mal hier runter Weil ich denke hier ist es kürzer Und dann muss ich hier wieder hoch Und zack Stopp Nicht so feste Sonst So Jetzt einmal die andere Seite ausprobieren Genau, wir gehen hier hoch Ah jei jei Und fallen da auch runter Okay, das kann passieren Ist okay Passt Alles klar Super So, dann haben wir Da hinten ist das Ende Aber da wollen wir noch lange nicht Na Freunde Da sind wir Da sind wir noch lange nicht Guck mal da Wir haben ja gerade erstmal ein bisschen Grün verbraucht Deswegen Da geht noch was Da geht noch was Da geht noch was Da geht noch nimmer hängen Da geht noch nimmer hängen So Schikane Und so ein Pool und so Kann man so Soll man sowas auch rein machen? Erstmal nicht Erstmal nicht Jetzt gehen wir erstmal weiter Zack Aber das wäre cool Wenn ich so hier durch könnte So Das geht sogar He 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 Ich weiß gleich selber gar nicht mehr wo lang Hahaha Ist das geil So Ähm Einmal Eine schöne Kurve Passt sogar Hier auch nochmal eine Kurve Passt auch Passt sogar nicht Jetzt passt Ich könnte ja so machen Bauansicht Zick 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 Was ist das denn? So Und dann Jump Schön weiter in die Kurve springen Find ich gut Zack Yes Korrekt Ähm Ich muss in den Bauansicht gehen Sonst kommen wir durcheinander Sonst kommen wir durcheinander Denn ich will jetzt Bin ich ganz offen und ehrlich Freund Ich will jetzt hier durch Ja Und wenn ich das will Dann will ich das Ne So und das heißt Ich muss hier auch Steil nach oben Irgendwo von hier aus Denn sonst Komme ich mir da Wieder in die Quere Das sieht so schon Knapp genug aus Ich will das Ganze Hier nicht auch noch Raus provozieren Irgendwie sieht das nicht gleich aus Kann das sein? Ja Zick Genau Einmal hier runter Aber nicht zu weit Sonst Jumpen wir da Zu weit runter So Jetzt gucke ich noch einmal nach Aber wir machen das jetzt erst noch Hier fertig Jetzt brauche ich Würde ich sagen Extra lang ist wahrscheinlich zu lang Obwohl Ne Eigentlich nicht Das ist aber zu lang Und dann Eine Drehung Und die ist natürlich zu lang Kurze Drehung ist Könnte passen Könnte passen Könnte passen Könnte passen Bitte 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 Oh das passt Das passt Freunde Oh Gott Ich werde bekloppt Das passt Das passt Das passt fast Aber wisst ihr was Da kenne ich nichts Freunde Da kenne ich nichts Denn Da hauen wir einfach wieder Einen Reifenzaun vor Tja Ganz gelingen Jetzt muss ich das noch finden Dann wird es auch besser gehen Da hinten Zick Einmal Einmal hier Einmal da Einmal da Einmal da Einmal drehen Damit es hier auch besser passt So Freunde Und in dem Sinne Bin ich auch schon wieder raus Für diese Folge Ich bedanke mich Bei euch für das Einschalten Zuhören Alles andere auch Und wenn es euch Weiterhin gefällt Dann schaltet doch auch Beim nächsten Mal wieder ein Also Freunde Bis dahin Alle Einmal da Bis dahin Bis dahin